Ich will was essen. Was hältst du schon noch aus? Ich hab Hunger. Später. Da kommt der Rausstattel. Ich will was essen. Weißt du, wie teuer das Essen da ist? Ist doch nur Geld. Fahr hier raus. Ich hab auch Hunger. Schon das ganze Geld für den Automobilclub ausgegeben? Nächstes Mal mobil in Deutschland. Deutschlands junger, moderner und günstiger Automobilclub.